Eine gut gepflegte 5-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. 1983 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 137 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 1.100 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.